So, ich krieg gleich Besuch, deswegen bin ich schon zurück, sonst wäre ich ein bisschen länger draußen hier blieben. Normalerweise bleibe ich ja mindestens eine Stunde auf dem Mittag im Wald. Das ist geil, aber ich krieg gleich Besuch und von daher bin ich schon zurück. Sonst wäre ich natürlich, aber gut, der Besuch, da freue ich mich drauf, weil ist ein netter, ist nicht so ein Irrer wie der Säufer, der mir immer droht mit irgendeinem Scheiß. Der kann nicht mal. Und der braucht sich auch nicht einbilden, dass hier mein Mitbewohner ihm da helfen wird. Der wird ihm nicht helfen, wenn ich ihm erzähle, dass er hier meine Antenne kaputt gemacht hat. Und die muss er erst mal ersetzen, bevor er überhaupt mit mir irgendwie was gibt es überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, was der sich einbildet. Der war vorhin hier und hat hier geklingelt. Ich habe den nicht ringelassen. Dann bin ich ihm hinterher, weil ich ihm noch was sagen wollte, aber leider ist er ja dann weiter abgehauen. Ist nicht zurückgekommen. Diese feige Sau, der hat sich Bier geholt. Ja, bei Netto frühmorgens. Ja, wer macht sowas schon? Nur Alkoholiker machen sowas. Ja, die holen sich morgens Bier. Oder wie ich früher erlebt habe in Leipzig, ein Flachmann, bevor sie zur Arbeit gehen. Ja, also alle so Sachen. Also ich kann sowas nicht gut heißen. Warum nicht? Naja, wenn ich irgendwo was kaputt mache, dann ersetze ich das. Und wenn der sich einbildet, dass er das nicht muss, dann hat er sich geirrt. Da wird ihm niemand helfen. Ja, er muss die Antenne ersetzen. Ja, wenn er das nicht tut, naja, dann kriegt er auch nicht das, was er von mir haben will. Ja, das weiß will, was von mir. Ich habe ja schließlich was von ihm. Und das kriegt er nur dann wieder, wenn ich meine Antenne bezahlt bekomme oder er mir eine bringt. Das ist mir egal. Ja, aber die Antenne will ich ersetzt haben. Der hat mir zu viel Scheiße gelabert das letzte Jahr über. Ja, hat mir so viel versprochen. Davon nichts gehalten. Ja, und ich habe mir immer wieder gesagt, naja, okay, du warst früher auch so. Also gib ihm noch eine Chance. Gib ihm noch eine. Jetzt gebe ich ihm keine mehr. Bei mir ist der unten durch. Ja. Und wer bei mir unten durch ist, der hat es gut, weil er hat dann Ruhe vor mir. Aber eins sage ich. Ja, und das meine ich ernst. Nach mir kommt ein anderer. Und der ist nicht so nett, wie ich es war. Ist so. Das sind Erfahrungswerte, die ich habe. Ja. Ihr hättet drauf hören sollen. Ich weiß nicht, der ist so eingebildet. Ja. In seinem Suffkopf. Aber das war ich ja auch. Ich war doch ja auch so. Ich war ja auch so. Ich habe ja auch gedacht, ja, ich kann alles machen und mir alles erlauben. Bis ich dann auf einmal gemerkt habe, oh, ist ja doch nicht so. Okay. Der kann es jedenfalls nicht mehr. Ja. Bei mir ist der voll unten durch. Ja. Und wenn er bei mir unten durch ist, dann wird es nicht lange dauern. Da wird er auch bei vielen anderen unten durch sein. Warum? Naja, weil er eben so ist, wie er ist. Ein Säufer halt. Und wer kann schon mit Säufer? Ich nicht. Jedenfalls nicht auf Dauer. So. Gut. Tschüss. Ist okay. Das ist so ein Arschloch. Kann ich nur sagen, ja. Wer so blöde ist, der verdient es, im Knast zu landen. Ganz einfach. Haha. Wer so dumm ist, der soll im Knast enden. 23 Stunden Einschluss. Das kennt ihr ja nicht. Haha. Da wird er sich noch freuen. Okay. Tschüss. 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 amerik Jezu. behavingvosis. Vice Above.